Jo, da sind wir wieder in diesem ätzenden Escher-Labyrinth, furchtbar. Und wir haben jetzt eben mal offline so ein bisschen rumprobiert. Das ist kacke hier. Ja, weil wir haben jetzt in der Tat ewig gebraucht, um hier diesen Durchgang zur blauen Ebene zu finden. Ja. Und ich hoffe, dass wir da jetzt hinkommen. Da haben wir vorbei, drei vorbeikommen. Ja, und hier ist jetzt was runtergefallen, guck mal. Da ist eben was runtergeflogen. Hier, das Ding, der Altar ist runtergeflogen. So, ich glaube, jetzt können wir auch, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ach, da unten. Oh, da kommt einer. Oh, wer ist denn das? Setz, Setz. Warum will der, dass wir aufgeben? Niemals. Was will der denn jetzt hier auf einmal? Wir werden uns wiedersehen, wenn du mir die Füße küsst, du altes... Du hast gar keine Füße. Aber du hast gesorgt, dass sich das gleich ändert. Ne, er hat noch nicht mal Hände, ne? Ne, der hat ja eigentlich gar nichts. Der ist ja nur ein Henkelkreuz. Okay, das soll uns aber nichts ausmachen. Wir versuchen jetzt mal hier in die Orange. Ja, da kommen wir ja jetzt hoch. Genau. Und da ist wieder was rumgeschoben, gerade eben. Okay, so. Hier können wir... Ach, hier, guck mal, hier kommen wir zum Olivenbaum. Ich sehe den auch kaum. Der ist so mini. Ja, Olivenbaum. Genau. Magst du Oliven? Ne. Nicht? Ich liebe Oliven. Ja, haben wir die jetzt genommen? Ja, jetzt haben wir Oliven. Das ist doch schon mal gut. Gut, jetzt wollen wir gerade eben gucken in meinen Notizen hier, wie das weitergeht. Ich glaube, wir müssen zu diesem Altar gehen. Wo bahnt der? Hier ist der Altar. Ah. Geh doch mal da hin. Ah, das war irgendwie so richtig große Kacke. Kann ich denn die Oliven... Meine Hand voll leckere Oliven. Oliven mit dem Altar benutzen? Ich glaube, irgendwie wusste ich hier was machen. Hm. Ja, macht er was, oder? Ja, er sagt diese... Aber... Du wolltest doch die Oliven da drauf, ja. Altar? Der sagt, es ist nicht zu bewegen. Hä? Hm. Vielleicht musst du da erstmal hochgehen. Äh, ja, vielleicht... Auf den Altar gehen. Müssen wir wieder hier hin zurück. Ja, geh da mal rennen. Kannst du hier nicht drum rumlaufen, dass du hier so rumläufst? Und hier die Treppe benutzt und da dann hochgehst zum Altar? Äh, vielleicht... Oder hier durch, ich weiß es nicht. Oder durch den orangenen Durchgang wieder zurück. Ich muss einen Weg dorthin gehen. Nee. Nee, geht nicht. Wie komme ich da... Dann doch wieder zurück zur blauen Ebene? Wo war denn die jetzt? Die war hier oben. Blaue Ebene? Versuchen wir es mal, ja. Blaue Ebene, genau. Oh, nee! Hä? Der war doch gerade... Der war doch gerade noch in der blauen Ebene. Ja, natürlich war der eben in der blauen Ebene. Hier kann ich aber nicht hin. Kann ich hier lang? Kann ich. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich sag's dir. Das ist total Escher-mäßig. Das ist grauenvoll. Können wir dann hier wieder durch? Ja, dann müssen wir durch die Orangenen, stimmt. Und dann kommen wir von der Orangenen. Ja, der sagt aber, er muss einen Weg dorthin finden. Das raffe ich jetzt aber nicht. Hier hoch vielleicht? Da hoch. Und jetzt geht er hier wie so eine Ameise die Wand runter. Aber was war denn das da? Ja, Orangenen. Genau da rein. Ja, ja. Aber dann geht er wieder da hoch und sagt, er muss einen wickeln. Oh, Assi! Oh, ehrlich! Das glaube ich doch nicht. Aber wie ist denn der jetzt gerade da überhaupt hingekommen? Keine Ahnung. Und wieso kann ich jetzt auch nicht mehr zur blauen Ebene zurück? Aber du kannst ja jetzt, wenn du hier entlang läufst, hier läuft er doch, oder? Ja, der läuft hier, genau. Aha. Und da runter... Kann er hier hin? Nee, kann er nicht. Oder? Kann er nicht hin? Doch, 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 doch. Kann er von hier da rein? Nee, kann er wahrscheinlich nicht. Nee, kann er auch nicht. Aber da kann er so rumlaufen. So rum kann er doch laufen, dann. So lang? Ja, genau. Nee, macht er nicht. Oh, das ist ja echt scheiße. Hier lang auch nicht. Hier lang. Hier hoch. Da hoch. Da kommt er auch nicht weiter. Oh, Mann! Also hier ist der Altar, ne? Hier ist der Altar, ja. Da muss er wohl hin, ne? Aber wir haben doch hier bei dem Olivenbaum gestanden. Aber der Baum hängt voller Oliven. Und dann sind wir doch... Aber wir sind doch hier durchgekommen. Wieso kommt der denn jetzt nicht zur orangenen Ebene zurück? Er muss ja zuerst zu der blauen Ebene. Und die erreicht er durch die orangenen, oder wie? Ja, das... Ja, wir sind doch von der blauen in die orangenen gegangen. Ja. Und warum kann ich jetzt nicht mehr durch die orangenen zurück? Das verstehe ich auch. Vielleicht hier unten entlang. Weil da geht er wahrscheinlich nicht hin, ne? Nee, da geht er nicht hin. Das ist hier, weil die ist ja auch so gelblich. Ja, ja. Der will er auch nicht. Da kriege ich jetzt aber, da will er nicht. Hier will er nicht. Oh, ihr Lieben, das ist ja furchtbar. Und wenn du wieder hier, geht es auch nicht wahrscheinlich, hier wieder zurückzugehen. Da oben hin? Ja. Dann steht er da oben. Und hier kommt er nicht rein. Scheiße. Hier, ja, genau. Denn da hinklickst. Da komme ich jetzt nicht ran. Ja, toll. Nicht ran. Aber der ist so scheiße, der Assi. Ja, der ist auch kacke. So, das ist ein Rätsel, das mich verrückt macht hier. So, jetzt steht er da. Kommen wir denn hier hin? Nee, auch nicht. Also, wir kommen nicht durch Orange mehr. Wieso kommen wir eigentlich nicht durch Orange? Was hat sich... Was ist denn das hier eigentlich? Blau. Ah, toll. Durchgang zur blauen Ebene. Sehr schön. Ach, sowas. Ja, das hat jetzt Minuten gedauert. Jetzt ist das wieder runtergeklappt. Ah, jetzt haben wir es ja, ne? Ja, und jetzt können wir hier oben wieder rein. Genau. Ja, jetzt müsste es wieder gehen. Jetzt können wir doch hier die Oliven hinlegen, oder? Nee, ich glaube... Geht nicht. Ich versuche es jetzt doch mal von hier aus. Ja, genau, von hier aus, weil das... Ist nicht zu bewegen. Ah, sag mal. Da war doch der Altar da, ja. Da muss er Oliven mit Altar. Ist nicht zu bewegen. Es soll ihn ja nicht bewegen. Er soll ja die Oliven da drauf tun. Wonach ist der blöd? Und kommen wir denn jetzt hier zur orangenen Ebene? Ja, oder? Ja. Ja. Gut. Und da sind wir wieder da. Und da ist die blaue. Mhm. Da geht das wieder runter. Und jetzt können wir durch die blaue wieder... Nee. Liegen denn da jetzt schon Oliven, ne? Nein! Ich kann die ja da nicht hinlegen. Und wenn du da hoch gehst erst mal... Wo jetzt? Also hier hoch gehst. Ja, genau, und von dort aus da hin legst. Genau. Also nicht da unten, sondern hier hin. Nee, ich komme da nicht hoch. Hä? Ich habe ja... Ich bin ja hier schon die Treppen hochgegangen. Ja, genau. Ach, jetzt geht er höher. Ach, guck mal, jetzt geht er höher. Ja, jetzt versuchen wir es nochmal. Ach, da oben musst du dann hinlegen. Da musst du dann hinlegen. Weiß ich nicht. Aber irgendwo hier, oder? Nee, da... Nee, nee, nee. Hier steht mit Altar. Aha, okay. Und er sagt... Also ich verstehe aber nicht, warum sagt er... Wenn ich sage, benutze Oliven mit Altar... Sagt er, dieser Steinblock ist nicht zu bewegen. Vielleicht ist er weiter oben? Ich meine, ich versuche es gerne. Nein. Immer dasselbe. Der hat sie ja nicht mehr alle. Ja, ihr Lieben, was für eine tolle Folge. Wir kommen jetzt gerade nicht weiter. Es sind auch schon fast wieder zehn Minuten. Und wir gucken mal noch ein bisschen auf. Ah, probier es mal noch. Letzte Idee hier. Da komme ich aber doch nicht... Doch, da komme ich nicht. Doch, da müsste er jetzt hingehen, ja. Da ist er auch nicht. Probier es mal hier. Mit? Nee, nicht hier, sondern auch direkt hier drauflegen. Ja, dann macht er mir aber nichts. Nein. Macht er nicht? Nee, da steht nur mit Punkt, Punkt, Punkt. Und daneben? Mit? Nee. Und da sagt er nur, dieser Stein... Und das ist jetzt echt nervig, tausendmal. Ihr Lieben, wir schauen mal offline ein bisschen rum und melden uns wieder in der nächsten. Folge, bis dann, bleibt dran. Ciao. Ah. Ja. Ja.